Zehn Jahre Konzeptwerk, das sind für uns zehn gute Gründe zum Feiern, zum Innehalten und auf unsere Arbeit zu schauen. Von Arbeitszeitverkürzung bis zu Transformationstrategien. Wir haben viel erreicht und immer noch viele Fragen. Wir haben viel zu unseren Themen publiziert und tausende Menschen direkt in unseren Bildungsveranstaltungen erreicht. Und trotzdem fragen wir weiter. Wie kann der sozial-ökologische Wandel gelingen? Hilf uns weiterzumachen. Spende jetzt fürs Konzeptwerk oder noch besser, werde Förderin und unterstütze uns regelmäßig. Danke!